Kugelteilauszüge von Hettich garantieren einen leichten Lauf und eine hohe Seitenstabilität durch gehärtete Stahlkugeln im Inneren eines geräuschdämpfenden Kugelkäfigs. Unsere kugelgelagerten Teilauszüge für Schubkästen mit einer 17 mm breiten Nut können bis zu 10 kg belastet werden. Damit Sie besser zum gesuchten Produkt finden, haben wir ein Buchstabenleitsystem auf unseren Verpackungen und auf sämtlichen Informationsmaterialien abgebildet. Danach sind Kugelteilauszüge für Schubkästen mit 17 mm Nut immer mit dem Buchstaben B gekennzeichnet. Die Nummer hinter dem B gibt die Schubkastenlänge an, für welche die jeweiligen Auszüge geeignet sind. Untertitelung des ZDF, 2020